so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft survival games ich werde klasse barbarian als barbarian kann ich mir rechtsklicken vortex machen der alle gegner durch die gegend schleudert und von dem ich noch nicht so ganz weiß was er kann ich glaube der macht den gegner schaden der vortex aber so sicher bin ich mir doch nicht ich wurde da ja auch schon mal von getroffen aber mir ist nicht aufgefallen dass ich besonders viel schaden gekriegt hätte so es geht los ich habe ein bisschen was gekriegt ich habe aus Versehen das Inventar geöffnet danke fürs rauspuffen pushen push it real good ja okay ich kann nicht singen ich kann auch keine Musik ich bin richtig unmusikalisch also es gibt kaum jemanden der unmusikalischer ist als ich und das war nicht so schlau glaube ich oh na gut geht doch ich habe gedacht ich werde tot nein 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 aber aber lass mich in ruhe der lässt mich nicht mehr in ruhe oh und ich bin gleich tot in wenigen sekunden kann höchstens versuchen an den gegnern da vorbeizuhuschen oh man solche starts liebe ich weil ich nichts mehr machen kann weil ich nichts mehr machen kann er wird auch immer noch hinter mir sein der kollege oder auch nicht ne okay so ein arschloch kann er mich nicht einfach in ruhe lassen ich habe doch niemandem was getan aber der hat mir ganz schön schaden gemacht und hat mich davon abgehalten irgendwas zu kriegen aber jetzt habe ich eine waffe aber immer noch halb tot also davon sollte ich mich jetzt nicht so dazu beeinflussen lassen irgendwelche gegner anzugreifen ich frage mich wann das erste mal hacker im chat steht bei irgendwem es ist heute auch wieder irgendwie so ist irgendwie kult geworden so jemanden alle als hacker zu bezeichnen die besser sind als man selber das ist so das neue das neue ding das jeder hat jeder macht und stickte nämlich gerne mit kann mir noch hilfreich sein und zwar zum sticken aber ich habe nichts zu essen das ist nicht so nicht so schön nicht so älterlich genau und da ist ein gegner tschüss gegner hallo gegner tschüss gegner so eben kurz durchgucken zwei äpfel ein eisen also jetzt gerade hat mir endlich mal der bogen was gebracht er hat mir schon ewig nichts mehr gebracht und jetzt ohne bogen wäre ich jetzt tot glaube ich der hatte zwar selbe waffe aber er hatte halt bessere rüstung aber das war nicht so schlau ich sollte mich nicht selber umbringen sollte warten jetzt erstmal oder vielleicht wirklich erstmal ins haus gucken wo ist denn die tür da da ist die tür aber hier ist nichts drin oh junge oh junge so ich finde es gut endlich habe ich mal geschafft welche zu töten irgendwer holt sich jetzt den supply drop die meisten die den supply drop kriegen sind auch die die am ende die runde gewinnt aber ich würde gerne erstmal besseres equip haben bevor ich mich auf die jagd nach irgendwelchen supply drops mache vorne kommt auch schon die border ich nehme ich mit wieso war hier überall keiner dran an den kisten verwirrt mich gerade ein bisschen verfeile ganze lederscheiß kann alles weg ich sollte machen dass ich hier rauskomme hier gucken wir trotzdem noch ein ok wir haben ein paar feile das ist ganz gut das heißt ich kann mir die nägel feilen äh na bitte er schießt mich bevor es zu spät ist noobs hacks i record you noob wiki ok wiki scheint zu hacken noob i record you noob wiki 12 mal gucken ich hatte gehofft dass hier der verzauberungstisch ist schade aber ich glaube der war am start ich habe heute schon ein paar runden versucht aufzunehmen die alle nicht so gelaufen sind deswegen bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher ob ich den verzauberungstisch in dieser runde schon gesehen habe oder einer anderen da ist er nicht und da vorne war ein gegner so so ich habe den getötet der den supply drop hatte wie es aussieht weil sonst hätte er keine einrüstung habt so jetzt brauche ich einen verzauber äh ein crafting table hm hm wo kriege ich ein crafting table her es leben noch drei leute chests werden gleich refilled und wo war denn nochmal ich habe doch irgendwo schon ein crafting table gesehen oder nicht bedammte hacke hier drin nicht ja brauche ich überhaupt noch was ich könnte noch eisenhosen oder sowas gebrauchen aber erstmal brauche ich jetzt ein crafting table So, ich hab grad die Dings wieder weggelegt, ne? Ja, ich weiß Die Erfahrungspunkte-Fläschchen Aber auch nicht so schlimm Au Was mach ich jetzt? Ich brauch ein Working-Table Oh Die suchen nämlich gerne mit Muss ich aber langsam einen Weg nach hoch finden, ne? Hier ist einer Nimm mir doch den Da gibt's für mich wohl keinen Verzauberungstisch oder Eine Working-Bench oder irgendwas in der Richtung Supply Drop Incoming, ja Komm, wir starten das Deathmatch Oh, da ist ein Gegner Hallo Der hat gute Hosen Ah, scheiße, jetzt werd ich zurückgebackt Oh nein, fängt das wieder an Das ist der Letzte Hallo, Letzter Au Ja, Deathmatch startet gleich Das ist nicht so schön Ich hätte gerne noch verzaubert, muss ich sagen Beziehungsweise meine Sachen gecraftet Ja, als wenn ihr mich da noch hittet So, ist das jetzt ein Team oder Sind die nur zufällig Aua Oh, war ein guter Schuss So So, ich hab beide gekillt Wuh, GG GG Uiuiui Sagen die auch GG? Ne, Vicky lief direkt Und Nimmere sagt gar nichts Ach, die lieben beide Gut, wir gehen zum Lobby Das war eine anstrengende Runde, muss ich sagen Ich danke euch fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal